Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin gerade eben auf dem Weg zu einer Eröffnung von einem neuen Friseursalon von Anil in der Fraunhoferstraße. Da ist jetzt relativ viel geboten. Ganz neuer Laden. Er war früher bei Lippertz und macht sich jetzt selbstständig und ich freue mich schon voll. Wünsche mir an der Stelle schon mal ganz, ganz, ganz viel Glück. Und ihr seid wie immer in diesem Video live dabei. Herzlichen Glückwunsch in einem neuen Laden. Wie fühlst du dich so? Ich fühle mich sehr gut. Es war sehr viel Arbeit, Erleichterung. Einfach jetzt das Ganze hinter mir gelassen. Jetzt kann ich endlich durchstarten. Warum macht man sich mit 27 schon selbstständig? Ja, für mich war das immer schon ein großer Traum, weil meine Eltern auch selbstständig sind. Und ja, ich wollte einfach auch Erfahrungen sammeln, meinen Meister machen. Das habe ich jetzt geschafft und dann jetzt endlich mal einen schönen Laden. Schön exklusiv. Wunderschön. Direkt am Viktualienmarkt. Also was erwartet uns denn da als Kunden bei dir? Ganz viele exklusive Dienstleistungen und auch darüber hinaus ein ganz, ganz grandioses Service. Und was uns sehr wichtig ist, sind die Kunden, die wirklich im Mittelpunkt stehen. Das hören wir doch alle ganz gerne. Danke dir und viel, viel Erfolg von uns. Danke schön, Markus. Vielen Dank. Ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgezogen. Hier ist ein Separé, also wo man sich auch etwas ruhiger und entspanntes mit die Haare schneiden machen lassen kann. Ich finde den Laden richtig schön gelungen. Richtig so stylisch und modern mit diesem Gold und Weiß, sehr elegant. Und die Lage direkt am Viktualienmarkt. Frauenspraße 18, natürlich auch der Hammer. Jungens, dynamisches Team mit einem ganz jungen und tollen neuen Chef. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Schaut mal in die Infobox. Da verlinke ich euch einfach mal alle Infos. Schaut einfach mal vorbei. Besucht ihn. Es gibt auch diesen tollen Männerbereich hier. Also ich denke, für jeden ist was dabei. Und wenn du auf der Suche nach einem Infoseur in München bist, ist das sicherlich eines der neuen Top-Adressen in München. Ich hoffe, der kleine Einblick hier zur Eröffnung hat euch gefallen. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Du wirst Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, welches euch gefallen könnte. Also klickt einfach mal drauf. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.